Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Video. Der ein oder andere, der mir ja schon länger auf diesem Kanal folgt, übrigens, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert gerne, hat es ja mitbekommen, dass die Veränderungen, wo mit unserem Wald momentan passieren, also die Fichte, der Burgenkäfer, der Trockenstress, dass ich dazu den ein oder anderen Gedanken schon auch habe, schon auch, vor allem in der Hinsicht, der Waldhonig ist ja bei uns in der Gegend oder in der Region einer der Mengenbringer und auch einer, der finanziell einen großen Teil zum Betriebsergebnis von der Erwerbsimkerei beiträgt. Wenn der jetzt komplett ausfällt, sprich der Wald ändert sich, es gibt keine Fichten mehr, es gibt keine Tannen mehr, dann hat es natürlich auch eine große Auswirkung auf eine Erwerbsimkerei wie unsere. Und um ein bisschen dieser Frage nachzugehen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich mich mit Achim, mit Fürster Klaus unterhalten. Der Fürster Klaus, der Achim, warum, wieso, erklärt er euch gleich. Er hat auch einen YouTube-Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Wirklich sehr interessante Filme zum Thema Wald. Und dann wünsche ich euch jetzt von dieser Stelle mitten aus dem Wald viel Spaß beim Gespräch mit Achim, mit Fürster Klaus über die Zukunft des Waldes und die Auswirkungen auf die Imkerei. Ja, Sebastian und hallo an alle. Ja, Achim und Fürster Klaus, wie passt das zusammen? Ja, es ist so, wenn ich Waldführungen mache, Waldpädagogik, vornehmlich kommen da die Grundschulen ganz gerne, weil es auch am Lehrplan steht. Und mein Nachname, der verleitet einfach total. Ich sage den Kindern immer, hallo, ich bin der Achim und mein Nachname. Und ja, dann, ihr dürft auch gern du zu mir sagen und so weiter. Und dann kommt eigentlich fast bei jeder Führung, streckt ein Kind und sagt, du, Fürster Klaus. Ja, und das ist einfach witzig. Und mein Kanal heißt ja Gruß nach Haus von Fürster Klaus. Das reimt sich dann auch noch oder passt ganz gut dazu. So ein Vorname wäre Achim, aber das ist bei den Kindern einfach wohl nicht so eingängig. Also den Kanal schreiben wir unten in die Videobeschreibung auch. Ich finde das auch ein super cooles Format. Ich habe natürlich ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar will ich einfach mal ganz, ganz, ja, einfach gleich voll ins Thema einsteigen mit so einer Zukunftssorge. Also uns Erwerbsimker oder ich rede es mal, oder mich halt, treibt so schon ein bisschen der Gedanke um, was da mit dem Wald passiert. Der Waldhonig ist ja bei uns in Süddeutschland, ich glaube, ja, eigentlich nicht wegzudenken, auch finanziell für so eine Erwerbsimkerei. Und man sieht es vor der Haustür, wie der Wald brauner wird. Man hört es von Kollegen aus dem Harz, aus dem Saarland, wie es einfach kein Waldhonig mehr gibt, weil die Fichte verschwunden ist oder zum großen Teil verschwunden ist. Und da, ja, wen fragt man da besser zu so einem Thema wie ein Fürster, ne? Wie ein Fürster-Glauben. Ja, das ist doch eine gute Gelegenheit, einfach da, ja, das, was ich so weiß, weiterzugeben. Also es ist tatsächlich so, dass die Fichte, ich erkläre es auch immer ganz gerne, auf Englisch heißt es in Norway Spruce, Norway. Wer jetzt schon mal im Urlaub in Norwegen war und nicht das Glück hatte, jetzt gerade die drei Wochen super Sommer zu kassieren, der weiß, wie das Wetter in Norwegen ist. Und das beschreibt auch ein bisschen die Heimat eigentlich der Fichte, nämlich kühlere, regenreiches Klima, also kühlere Sommer und kalte, sehr kalte Winter mit reichlich Niederschlag. Und dieses Klima hatte man bei uns annähernd noch vor 100 Jahren. Und die Fichte, muss man aussagen, die ist eine sehr dankbare Baumart für die Fürster, für alle Waldbesitzer, ja, weil sie sich anbauen, leicht pflegen und nachher auch leicht ernten und zuletzt auch für Sägewirt leicht verarbeiten. Also da ist viel Leichtes drin und das hat damals auch die Leute in der Holznot dazu gebracht, Fichte aktiv zu pflanzen. Die wäre ja sonst bei uns hier in den Höhenlagen zwischen, ich sage mal, 200 und 500 Höhemeter überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, die wurde vom Mensch eingebracht. Einfach weil sie gewachsen ist und weil es leicht zu machen war, ganz gut nachvollziehbar. Und jetzt durch Klimaveränderungen, durch mehr Klimaextreme, hat es die zunehmend schwerer. Bei uns in Süddeutschland hat ja da der berühmte Sturm oder Orkan Lothar zugeschlagen 1999. Davor war es noch Wibke und hat ganz viele Fichten umgeschmissen, weil die nicht gut und tief wurzeln. Und jetzt aktuell wissen ja viele noch die Trockenjahre 2018 und 2019. Das ist ja das, was du ansprichst mit Harz und Westerwald und Siegerland ganz da oben. Ganz arg viele Borkenkäfer und Trockenschäden und Ausfall der Fichte. Lange Erklärung, kurzer Sinn. Die Fichte wird bei uns in Deutschland deutlich abnehmen. Das heißt, wir werden uns nachher, gerade in Baden-Württemberg, kommen wir von Zahlen von circa 50 Prozent Fichtenanteil, landesweit, Land Baden-Württemberg. Und das wird in der Zukunft so auf 20, 15 Prozent ungefähr ausfallen. Das heißt, sie wird deutlich reduzieren, um die Hälfte geht sie retour. Und dann wahrscheinlich eher in höheren Lagen oder wo bleibt sie dann stehen? Genau, sie bleibt, die Prognose sagt, in höheren Lagen. Also der Schwarzwald, ganz verkürzt lässt sich auch sagen, so ich sage mal ab 800 Meter, so ganz grob, da wird sie noch vorhanden sein. Und dann hängt es aber davon ab, wie sich der Niederschlag tatsächlich auch entwickelt. Wir werden die auch bei uns im Stuttgarter Raum haben, einzeln eingesprengt, nicht mehr so als Monokultur. Aber das ist eigentlich für die Imkerei schwierig, wenn da bloß Einzelbäume oder kleine Gruppen sind. Das ist natürlich nicht den Effekt oder den Honigertrag. Wird Waldhonig dann eher eine Rarität? Also Waldhonig aus unserer Fichte jetzt. Ja, Waldhonig aus der Fichte und auch aus der Weißtanne, die es noch weniger gibt, anteilmäßig wird weniger werden aus unseren Lagen jetzt gerade. Ja, das ist die Prognose. Ja, ist denn die Tanne da auch so betroffen? Weil, also ich bin ja jetzt ja nicht so fit im Wald und habe da ein bisschen eine Schuhecke. Aber die wurzelt ja tiefer, ne? Genau, die Wurzeltiefer, die Weißtanne. Und die ist auch von der, ja, die Förster, die haben so Klimablasen, nennt sich das. Eine Klimablase ist im Prinzip nichts anderes wie im Koordinatesystem eine Darstellung in einer Blase oder Amöbe oder das ist ja kein Kreis oder Ellipse. Und da sieht man quasi Niederschlag und Temperatur abgezeichnet. Und da ist die Weißtanne eigentlich besser als die Fichte. Das heißt, sie kann mit mehr Wärme umgehen, aber dann muss der Niederschlag passen. Also wenn es bei uns in unseren Graden jetzt zukünftig, was wir alle nicht so genau wissen, wärmer wird, aber nicht mehr Niederschlag gibt, dann wird es schwierig. Wenn es aber wärmer wird und gleichzeitig da auch die Niederschläge fallen, dann ist die Weißtanne ein Ersatz. Wir pflanzen auch noch aktiv Weißtanne. Einfach auch als heimischer Ersatz für die Fichte oder die Kiefer, die, ja, geerntet wird aus verschiedenen Gründen, pflanzen wir Weißtanne. Aber alte Weißtannen bei uns, die kommen relativ früh in Stress und trocknen dann auch und werden rot. Sieht man auch bei uns, dass dann so ganz rote Tannen da stehen, leider. Aber Weißtanne ist so ein bisschen die Hoffnung. Wir pflanzen natürlich auch noch andere Nadelbaumarten, wie zum Beispiel Douglasie, nordamerikanische Nadelholzbaumart. Aber da die Vordereiszeit bei uns zwar da war, aber jetzt wieder zurückkam, erst vor rund 200 Jahren, das dauert sein Zeit, bis da auch die Läuse und so weiter das Ganze ist. Das ist, denke ich, nicht so die Massenhilfe, die viele brauchen oder hoffen. Noch nicht zumindest. Und so dieses Thema, man ist ja, glaube ich, ganz zwiespältig, so Edelkastanie, da gibt es auch auch diese, ist das ein Laus oder ein Schädling auf jeden Fall? Und also ist das irgendwie ein Baum der Zukunft, wo wir jetzt hier so, sag ich jetzt mal, was sind wir denn, Region Stuttgart, Baden-Württemberg, Bayern irgendwie, oder wird der eher in der Pfalz, im Taunus bleiben? Nein, also Weißtanne, die wird kommen. Man sieht ja schon die Schwarzwaldhänge, also wer da in der Vorbergzone heißt, das heißt, wenn man das Rheintal verlässt und es so langsam ansteigt Richtung Schwarzwald, die haben ja noch diese Wärme vom Rheintal, kriegen die ja noch wunderbar mit. Da hat es ja schon ganz tolle Esskastaniebestände. Und die Esskastanie wird bei uns auch zunehmen, weil die Buche kämpft ja, das haben viele sicher auch jetzt mitbekommen oder gesehen. Man geht spazieren und die Mutterbuche, hat mir jemand gesagt, ja, also das, was die Baumart eigentlich wäre, und wir auch gelehrt bekommen haben, wenn es den Menschen nicht gäbe in unseren deutschen Landen oder halt hier in Mitteleuropa, dann wäre die Buche, die vorherrschende Baumart, die hat ihre Probleme. Und da müssen wir gucken, woran liegt es, wie kann man sie anders behandeln, was können die Förster besser machen und wo brauchen wir auch Ersatz. Und da wird sicher die Esskastanie auch was sein. Am Anfang jetzt sind es gerade bei uns zarte Anfänge. Wir haben also eine Allee gemacht im Wald, das sind dann auch 100 Bäume. Das ist mal ein Anfang, weil wir gerade noch so in der Schwierigkeit sind. Das ist das Problem bei uns, ich sage es immer ein bisschen beim Landwirt, der sät natürlich meistens im Frühjahr, manchmal auch schon im Herbst. Und wenn er ein schlechtes Jahr hat, dann geht es aber wieder los und er hat eine neue Chance. Und bei uns sind die Produktionszeiten halt sehr, sehr lange. Das heißt, man probiert es und wenn es jetzt einfach bei uns noch in Höhelage, bei uns geht es so bis 600, 700 Meter, noch zu kalt ist, dann friert die einfach ab. Und dann hast du mit der Esskastanie nicht viel Freude. Aber das wird, denke ich, mehr und mehr kommen, wie auch andere Baumarten dann noch dazukommen werden. Bei uns war jetzt eine große werbewirksame Pflanzaktion mit Rubinien. Gut, es reichen ja ein paar Edelkastanienbäume, dass du das sehr stark im Honig drin hast. Diesen Edelkastanienabschlag, den hast du ja gleich drin, geschmacklich. Ja, die ist da sehr dominant. Das ist sehr, war für die Bienen eigentlich ein schöner Baum. Nur den Honig musst du halt mögen. Genau, genau, musst du halt mögen. Also es ist auf jeden Fall so, es wird bunter, werdet das Angebot für unsere, für die Bienen, für die Insekten. Weil meine Wahrnehmung ist, die Försterinnen und Förster draußen, die streuen einfach auch das, ja, der Finanzer wird sagen, das Portfolio, also das, was du so anlegst, streuen, das ist deutlich breiter als früher. Es wird stark auf die Eiche gesetzt, weil die einfach eine ziemlich klimaresistente Baumart ist, weil es im Weinbau vorkommt und so weiter. Die hilft jetzt natürlich, die Biene, beim Nektar gar nichts. Ja, von daher, das ist jetzt nicht so, aber es wird bunter werden. Rubinien, ja, da wird man wenig Förster finden, die sagen, oh ja, jetzt mache ich einen Rubinienwald, weil die Rubinie auch von der forstwirtschaftlichen Behandlung nicht ganz einfach ist. Es gibt aber ja reine Rubiniewälder in Ungarn und so weiter. Also geht schon und das Holz ist natürlich toll haltbar. Da kommen viel zu so Spielplätze und Spielgeräte sind aus Rubinien gebaut. Hat schon eine Verwendung. Aber es wird sicher deutlich bunter werden. Also bei uns auch viel Blühendes noch dabei, die Vogelkirsche, also diese Wildform oder die Waldform der Kirsche ist deutlich mehr geworden. Dann hat man bei uns nach Lothar und auch schon nach Wibke viel Eiche gepflanzt und immer das mit Beiholz. Und Beiholz muss ich kurz erklären. Da hast du nicht mehr die eine Baumart rein gepflanzt, also eine reine Eichenkulturpflanzung angelegt, sondern noch mit was anderem, das noch die Eichen so ein bisschen nach oben schiebt und ja, dass das besser ist. Und da ist eine Baumart viel bei uns jetzt gekommen, ist die Winterlinde. Und die Linde, die ist natürlich toll für die Bienen und auch toll für den Honig, sage ich mal aus meinem. Wenn es Wasser gibt. Ja genau, genau. Die brauchen die Honig auch nasse Füße, sagt man ja immer. Ja genau, das ist wie beim Raps, wenn es nicht regnet, sieht es schön aus, aber naja. Also es wird bunter werden, das kann man schon sagen. Und man kommt sicher, dieser klassische Waldhonig aus Fichte wird weniger werden. Das ist leider so, ja. Aber dann stelle ich mir so, also was ist denn so ein Zeithorizont, bis man das jetzt mal optisch im Wald erlebt? Also ich meine, klar, dass die Fichte verschwindet, da hast du manche Ecken, da stehst du auf dem Hügel, guckst ins Tal runter und du siehst deine braunen Flecken im Sommer. Das ist ja brutal schnell, aber dass man sieht, dass der Wald einfach runter wird. Also dass diese Nachpflanzungen, diese Alternativpflanzungen, dass die mal, das ist ja auch ein Zeithorizont mit 10, 20, 30 Jahren oder irgendwas. Ja, also bis Waldbäume blühen, das kann man jetzt nicht mit dem Kulturobst vergleichen. Wenn man jetzt auf der Streuobstwiese pflanzt sich was, holt das an der Pflanzschule hier und nach vier Jahren blüht der schon und trägt schon die erste. Äpfel und das ist Streuobst und ja gar nicht intensiv. Im Wald muss man da Minimum 15 Jahre anrechnen. Da gibt es so ein paar Sachen, die natürlich schneller gehen wie jetzt Vogelbeere oder die heißt auch Eberesche, die nachher diese rote Beere hat. Die pflanzt man jetzt als Förster auch nur als Beiholz oder wenn man ein Faible für Natur und Biene oder sowas hat. Aber ich sage mal, die großen Flächen, die wir jetzt in Süddeutschland oder zumindest in unserer Region, ich kann jetzt hauptsächlich für unsere Region Stuttgart sprechen, zum Glück nicht haben, weil man einfach ja schon früher umbauen musste. Aber Südschwarzwald ist stark betroffen, wenn es vorhin geht, Harz, Westerwald, die haben ja riesige Kahlfläche. Und die Erfahrung aus Lothar hat gezeigt, es dauert total lang, bis du dort wieder Wald überhaupt hast im eigentlichen Sinn, wo jetzt du vielleicht oder Laien, die spazieren können und sagen, ja das ist echt der Wald. Vorher ist das lange Strüpp und du musst viel Arbeit reinstecken, Gras schneiden, freischneiden, der Jäger müssen ihren Teil dazu tun, dass das nicht verbissen wird von Rehwild oder sowas. Also das dauert, das dauert lange, bis, sagen wir mal, jetzt so eine Nachpflanzung, dann wieder wirklich viel Blüte hat und viel Nektar produziert. Da sprechen wir von 15 Jahren Minimum. Ja gut, ich meine, für die Imker ist die Zwischenzeit, wenn da Brombeeren blühen und so, auch nicht ganz so uninteressant. Aber das ist alles, also brauchen wir den Wolf, dass die Rehe die Bäume nicht verweißen. Nee, also. Spaß beiseite. Aber ja, das ist, dann sieht die Welt also dort nicht ganz so düstig aus, aus imkerlicher Sicht, weil manchmal, du läufst durch den Wald, halt, wie du gesagt hast, die Buche hat ja zum Teil brutalen Sonnenbrand, also ich nenne es halt Sonnenbrand, die Esche ist praktisch auch, bei uns siehst du kaum noch eine Esche, wo nicht, also wo lebendig ist. Und da denke ich schon manchmal nach, was passiert da gerade mit dem Wald, ja, das ist schon, ja. Also das ist berechtigt und das liest man ja in den Medien und treibt die Leute um und das ist auch berechtigt. Da ist ein Wandel da oder da haben jetzt 18, 19, sagen wir mal so einen ganz großen Schritt getan, vor allem in Mitteldeutschland, aber auch bei uns in Süddeutschland, dass die Buche da so abtrocknet, wie du sagst, sonnenbrandig wird oder zopftrocken oder kronentrocken und letzten Endes auch abstirbt. Wir machen auch Testversuche mit ganz interessanten oder bisher mir auch relativ unbekannte Baumarten wie Tulpenbaum oder wie Libanonzeder, da hört man auch, wo sie herkommt. Also das sind ganz, ganz, ja, Versuche einfach zu sagen, also bei Palme sind wir noch nicht angelangt, so viel kann ich sagen, aber es sind Versuche zu sagen, ja, was haben wir denn? Und eigentlich, ich glaube so jetzt die Imker für die Zukunft, vielleicht muss man tatsächlich gucken, ich gucke jetzt mal nach Italien oder in den Mittelmeerraum und gucke, wie das dort aussieht. Und was haben denn die für, sagen wir mal, ja, Waldhonig oder was für Lachniden und so weiter, haben die denn die dort Läuse, die dann dort Honig produziert, aus Kiefern oder Sonstiges. Also, ja, und sonst, ja, die Schlagflora, so nennen wir das, also das, was du vorhin beschrieben hast, die Kahlfläche mit Brombeer, da kommt Liguster, da kommt schon auch Interessantes. Natürlich hat aber mit dem klassischen Fichten oder Läuse Honig nichts zu tun. Ja, es hat einen riesen, oder kann ja einen riesen Wirkungsgrad auch in die Betriebsweise von der Imkerei haben. Wenn du jetzt sagst, wir sind irgendwie standardmäßig jetzt im Juli fertig mit der Honigernte, dann machen wir unsere Varroa-Behandlung und zack, also das kann sich ja auch, weiß ich jetzt nicht, mit Edelkastan jetzt nicht, aber es kann sich ja auch mit irgendwelchen Zikaten oder was du ja gesagt hast, schauen wir nach Italien, das kann sich ja auch über die Jahre einfach komplett ändern, und dass wir, ja, auch im August vielleicht noch durch irgendwas Honig haben, wo da wächst, ja, oder wie auch immer, ne, das ist ja, ja, aber dann ändert sich der, also es ist immer klar, dass der Honig sich zumindest hier in Süddeutschland dann schon deutlich ändern wird mit der Zeit, ne. Ja, also, wie gesagt, das sind immer lange Zeiträume bei uns, so die, die jetzt, ja, jetzt vielleicht noch für ihren Haupterwerb noch zehn Jahre denken müssen oder sowas, da wird sich nicht so arg viel tun, aber wenn man jetzt sagt, ja, ich gebe es, aber ich denke mal schon an meine Enkel oder sowas, das wird deutlich anders werden, vielleicht gibt es ja schon Schwarmfang Anfang März oder irgend sowas dann zukünftig, wer weiß, ja. Seid ihr da frei mit dem, was ihr pflanzt, oder gibt es da vom Land so einen Masterplan, wo es sagt, oder so Empfehlungen, oder wie ist denn das so, weil man sieht ja zum Teil schon unheimliche Unterschiede zwischen einzelnen Forstrevieren, ich meine, die waren, die sind ja, haben ja einen Ursprung dann vor 30, vor 50 Jahren, aber du siehst ja schon, in manchen Gebieten siehst du klar die Grenzen von manchen Forstgebieten, ne, weil, wie ist denn das mit Neuempflanzungen? Ja, also, es ist so, das, was wir heute ja sehen, das trägt ja die Handschrift von vor zig zehn Jahren, und da war, sagen wir mal, die Forstverwaltung schon noch ziemlich stringent, im Sinne von, da gibt es ein paar obere, ein paar Forstamtsleiter oder von Forstdirektion oder so, und die haben wirklich durchgegeben, was zu pflanzen ist, und das musste dann auch eingehalten werden, also es gab da so einen Moden mit Roteiche, das ist eine amerikanische Baumart, und dieser Douglasie, und man merkt genau, man sieht auf der forstlichen Landkarte, wenn man die einsieht, ganz genau, wo waren Liebhaber dieser Baumarten, die gibt es dann jetzt heute da schon viel und üppig, und wo waren eher Leute, die Forstamtsleitungen, die gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, dass man sowas neimodisch zeigt, würde man sagen. Also, das sieht man ganz deutlich, heute ist es ein bisschen anders, das kommt nicht mehr so klar von oben runter, beziehungsweise auch von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, also es gibt ja Wälder, die gehören den Gemeinden, den Kommunen, dann gibt es Wälder, die gehören dem Land Baden-Württemberg, Wälder, die gehören Privatleuten, Lieschen Müller, und das sind eigentlich so die drei große Waldbesitzer bei uns, und, ah ne, ich darf eure Gruppe bei den Privaten nicht vergessen, die Großprivaten, also die ja meistens dann aus Adelsgeschlechten kommen, und die pflanzen auch unterschiedlich, mit unterschiedlichen Gesichtspunkten, also ich merke bei uns, die Kommunen, da ist natürlich total wichtig, die Holzproduktion, also dass nachher auch CO2 gebunden wird und wir den Rohstoff Holz haben, aber auch die ökologische Variante, dass die sagen, ja, wenn ich jetzt sage, ja, können wir mal noch was Blühendes machen, was Seltenes, auch mal AIB oder sowas, so ganz heimisch, aber exotisches, da sind die eigentlich ziemlich offen dafür, von daher, das wird nicht so ganz klar runterregiert. Wenn wir raussuchen, dann ist eins total wichtig, was die früher auch nicht hatten, also wer das heute anklagt und sagt, ja, die damals, der muss echt aufpassen, weil wir haben so einen Standortkundeatlas, da drüber liegt er auch, also was für einen Bodenstandort haben wir, das wussten die gar nicht. Da ist wirklich sehr kleinräumig, so 20, 50 Meter weiß, der Boden kartiert worden, ganz mühsam, und wir wissen jetzt, ist es dort eher nass, ist es staunass, ist es sandig, ist es sandig-lehmig und auf dem Maßstab gehen wir hin und dann gepartner ich mit dem Gesamtklima. So wird eher ausgesucht, ja. Gut, dann ist man ja wirklich, wirklich eigentlich da, was sinnvoll ist, dass die Entscheidung dann da fällt, der wo einfach die Gegend kennt oder die Region auch kennt und nicht irgendwo zentral irgendwas vorgegeben wird. Ja, das ist wirklich ein Vorteil bei uns und das gilt eigentlich für ganz Baden-Württemberg, also, oder ich denke, für ganz Deutschland. Ich kann es jetzt, die andere Forstverwaltungen kenne ich nicht so im Detail. Aber du hast es ganz kurz angesprochen, dieses Thema Wirtschaftlichkeit für Waldbesitzer. Ich meine, die Fichte ist ja schon ein bisschen der Brotbaum zumindest gewesen, oder? Mhm, absolut. Waldbesitzer, auf die kommen dann ja auch schwierige Zeiten zu, weil ich behaupte mal oder wage das mal zu sagen, also als Laie so eine Edelkastanie anzupflanzen ist wahrscheinlich teurer wie so eine Fichte, oder nicht? Also vom Bezug schon. Oder spielt das keine Rolle? Doch, 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 natürlich. Also es ist einfach so, wie ich vorhin mal gesagt habe, die Fichte macht es einem in vielem leicht und deshalb wurde sie auch so gern und viel gepflanzt. Das heißt, die Samenbeschaffung, die Vermehrung, das Ausbringen, also die kostet einfach deutlich weniger als Pflanze. Dann steht sie als Pflanze und sie braucht relativ wenig Pflege, die ist sehr genügsam. Also ich muss nicht oft mit dem Gras freischneiden. Die Rehe verbeißen es nicht gerne, wobei wir wieder bei den Rehen sind. Und dann nachher in der Pflege, also der Förster jetzt muss nicht so speziell eingreifen, nicht so viel pflegen wie bei anderen Baumarten. Und Laubholzbaumarten sind da deutlich anspruchsvoller. Das merken wir heute schon. Da musst du viel öfter danach gucken. Du musst intensiver, häufiger und so weiter eingreifen. Also das ist schon nicht schön, dass die Fichte da uns ausfällt, die der Brotbaum war. Das fängt diese Douglasie etwas auf, die ähnlich ist von der Auf... Ja, sie ist etwas teurer im Einkauf, aber nachher in der Pflege geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung, wobei die will gern geastet werden, sonst kriegt die so riesen Astlöcher. Das macht bei der Sauna dann so blöde Löcher rein im Bett. Nee, also Fichte war schon jetzt aus Forstsicht was Tolles. Natürlich der Ökologe sagt, oh ja, Monokultur, alles klar, verständlich. Aber ich kann die Menschen von damals gut verstehen. Und heute, wie gesagt, das wird anspruchsvoller. Und vielleicht das, aber das geht auch zu weit. Wir haben ja auch so in unserer Gesellschaft so ein bisschen eine Zweiteilung oder eine Vielteilung. Da gibt es manche, die finden, das Holz nutzen ja überhaupt nicht toll. Also wenn wir Holz einschlagen und ich von Ernte spreche, so wie du von Honigernte sprichst, und ich mache Holzernte, das sind ganz zwei unterschiedliche Emotionen, die da bei den Leuten entstehen. Ja gut, dann haben wir also zukünftig Douglasien-Schreibtisch statt Fichten-Schreibtisch. Ja, wenn man das weiterdenkt, das hat ja schon einen Riesen-Rattenschwanz. Ja, in Deutschland ist aber echt total viel geregelt. Und die Nachhaltigkeit ist ein hohes Gut. Und wir setzen die durch. Die Probleme für den Wald, die liegen eigentlich in anderen Kontinenten. Wie du gesagt hast, vielleicht in Sibirien. Dann in Indonesien, in Brasilien. Also da, wo Raubbau an der Natur betrieben wird und der Wald dann weg ist. Wir ernten natürlich auch Holz und da fehlen dann dicke Bäume. Vielleicht auch ein Baum, an dem ich seit Kindheit vorbeigehe, laufen und gejobbt bin. Und das tut mir emotional weh. Aber der Wald an sich ist ja nicht weg. Da wachsen ja neue Bäume nach. Das ist immer total schwer zu, ja, den Leuten zu verständlich zu machen. Weil da auch so viel Emotion auch noch mit dabei ist. Und klar, der Rohstoff muss irgendwo herkommen. Wir hatten schon so ein bisschen so eine Renaissance. Nach Lothar in Süddeutschland war quasi nur Laubholzanbau erwog. Alles Nadelholz war so ein bisschen böse, ja. Ja, die Fichte, ja, die hat uns jetzt so viele Probleme gemacht. Und es ist überall umgefallen und so weiter. Und das hat sich aber auch ein bisschen wieder gedreht. Weil man natürlich auch merkt, wir müssen ja unsere Kinder und Kindeskinder einen Baurohstoffholz, zumindest wollen wir das ihnen zur Verfügung stellen. Und dann können wir nicht nur Esskastanie pflanzen oder Rubinie. Das geht dann nicht. Weil der Dachstuhl, na ja, aus Rubinie oder Esskastanie. Du, aus Esche wäre doch nicht schlecht. Der hebt dann. Aus Esche, der hebt, da wird nur der Zimmermann ziemlich ärgerlich werden, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Esche-Dachstuhl. Also man ist in der Forschung auch dran, da eine alternative Baumart zu nehmen für so Leimbinderholz. Aber ja, solange es die Fichte noch gibt, ist das einfach. Aber die großen Sägewerke sind da drauf ausgelegt. Man muss sich ja mal beim Sägen das ja vorstellen, so ein Stamm. Nadelholz ist ja ein Stamm in der Regel, gerade durch. Die Esche sind schon weg, von uns weggemacht oder von den Forstwürden. Jetzt guckt man so eine Buche oder Eiche oder Rubinie an, wie schlangenwüchsig die sind. Das lässt sich so gar nicht sägen zum Bett. Ja, allein von der Wende, oder? Kein Harvester mehr. Kein Harvester mehr, beziehungsweise Harvester mit nicht so gutem Ergebnis. Der Harvester geht auch ins Laubholz, aber das Ergebnis ist einfach anders, wie wenn es der Waldarbeiter fällt. Das heißt, es wird etwas teurer. Wobei, das ließe sich nur machen. Also da muss ich sagen, das sollte dann auch der Markt darstellen preislich. Aber auch Holz ist ein Weltmarktprodukt. Man liest es ja gerade auch in der Presse. Ganz viel des Holzes geht nach USA, weil die einfach mehr dafür zahlen. Da merken wir jetzt gerade hier unten noch nicht so viel. Es bewegt sich was, aber ein Sägewerk verkauft sein Produkt natürlich dorthin, wo es am meisten nachher erzielen kann. Ja, das ist cool. Ein sehr interessantes Thema. Über das könnte man bestimmt noch stundenlang reden. Das ist schon faszinierend, vor allem weil der Wald ja macht ja wirklich auch, also zumindest bei uns in Süddeutschland, schon einen deutlichen Teil der Landschaft auch aus. Ja, über 30 Prozent. Das ist ja praktisch wirklich prägend und ohne Wald will ich glaube auch nicht leben hier. Also wenn wir in Norddeutschland sind, so am Strand vermisse ich den Wald nicht, aber wenn bei uns hier mal so ein paar Wald fehlen, weil Sturm oder Pfählungen oder so, das fällt ja gleich richtig auf. Es gibt so ein richtiges Loch in der Landschaft. Ja, ja. Ja, das gehört, Wald gehört jetzt hier im Süden bei uns ja dazu. Die große Gäulandschaft oder so haben wir ja jetzt nicht so riesig. Gibt es ja schon auch welche. Aber ja, ein Freund von mir, seine erste Stelle, das war in so einem Maisintensivanbaugebiet und der hatte dann eher an so Wasserläufen, nur so ein bisschen Wald, aber das war kein echter Wald. Ich muss mich jetzt nicht falsch verstehen, aber ja, und sonst sind wir da durch Mais, hektarweise Mais spaziert. Also das ist natürlich für den Förster so ein bisschen eine Herausforderung. Ja, das ist wohl wahr. Ja, hat halt, ich glaube auch, ein ganz interessanter Beruf mit ganz vielen verschiedenen Herausforderungen. Ja, ich kann einen Werbeblock einschieben für das Försterdasein. Ja, nee. Es gibt ja, glaube ich, gibt es immer noch, also ich hatte mich ja auch mal ganz früher für Förster interessiert, aber da hat es immer geheißen, es gibt so viele Förster, du kriegst nie eine Stelle, du brauchst gar nicht anfangen. Ja, 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 also die Zeiten waren da, die waren auch bei uns noch da, da hieß es quasi, dass, also Förster nachher tatsächlich, wie man sich es vorstellt, das werden für das gesamte Land pro Jahr keine 20. Und das ist bei 80 Studierenden, die dann da sitzen, und das ist ja nur eine Uni oder Fachhochschule ist es ja, nur eine Fachhochschule, und du siehst 80 und weißt 20 kriegen wir, das ist schon nicht so schön. Jetzt gerade sind wir ja da auch, wie bei vielen, Fachkräftemangel, demografischer Wandel und so weiter, da kann man schon Mut machen und sagen, doch, doch, das, also das wird, aber, ja, als ich begonnen habe und so, wie sagt man so schön, mein Papa war nicht begeistert, weil ja eher so, ja, so wie sind, oh, wie sind die Chancen und die Aussichten dann, ja, naja. In der Förstton-Imkerei hat ja dann schon mal das gemeinsam, ja, die Eltern sind wahrscheinlich da nicht gerade. Ja, also zumindest am Anfang, später war alles wunderbar. Ja, ist doch schön hier. Ich glaube, da haben wir es ein bisschen, so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und noch viel mehr eigentlich in die Tiefe eingestiegen, als ich das gedacht habe, aber es war ein super interessantes Gespräch mit dir. Also vielen Dank für die Zeit. Ja, klar. Und, ja, fand ich wirklich toll und wie gesagt, besuch den Kanal hier vom Förster Klaus. Wie heißt es nochmal? Gruß aus dem Wald. Gruß nach Haus vom Förster Klaus. Ich kann auch schön erklären, warum. Der ist ja erst letztes Jahr entstanden, im April, als dieser erste Lockdown war und dann waren alle unsere Waldführungen abgesagt und dann dachte ich ja, viele Leute gehen gar nicht mehr raus. Die hatten am Anfang ja so Ungewissheit und dann auch Angst daraus geboren und dann Gruß nach Haus. Dann habe ich gedacht, dann kann ich das, was im Wald draußen gerade passiert, ein bisschen nach Hause schicken. Er ersetzt natürlich niemals das echte Walderlebnis. Auch von dieser Stelle nochmal vielen Dank dir Achim für deine Zeit, für dein Fachwissen, für deine Info. Ich habe sehr viel mitgenommen. Es war für mich super interessant und ich denke auch für unsere Zuschauer. Und dann bis zum nächsten Mal.